Da geh ich hier spazieren. Oh, ich kann nicht mehr atmen. Gut, ich hab alles in der Kiste gelassen, hab ich ja gesagt. Ich hätte zuzeln sollen vorher. Äh, vielleicht machst du die Markierung vom Server. Auf, äh, auf die Base. Die Base. Das wäre Feifert. Ist die gelb, oder was? Nein, gelb bin ich. Nee, gelb bin ich. Ach, die Base. Gämst du die Base? Nein. Nein. Die Base ist was? Welch, wo ist die Base? Ich dachte, die ist gelb. Da wird der Fahrfähig baut. Ich denke, Mare. Jaja, ich muss gut nicht. Das Ding ist voll weit weg, ich sehe das nicht richtig. Hm, ich glaube hier. Warum setzt denn die Tür verkehrt rum? Ich muss kurz zuzeln hier. Consume, Stack, let's go. Consume, Stack. Du musst das Erz hier, äh, moderne Hand, direkt inhalieren. Weißt du? Rechte Maus da, so Consume, Stack. Weißt du? Du musst also richtig inhalieren musst, das Erz. Ganz wichtig. Du musst das fühlen. Also. Ist Radar schon fertig, oder was jetzt? Ist so. 5 Minuten? Es ist ja so hier. Du steckst. Alexa, Timer, 5 Minuten. Du steckst direkt das Erz. In dein Rachen. Und dann kannst du atmen. So. Wir wollen dir ja keinen Zeitdruck machen, aber der Timer läuft. Hm. Mach dir das 2-Stöcke? Ich hab da was wunderschönes. LOL, was hast du? Was? Was denn? Hallo? Wieso baust du ein kaputtes Haus? Wieso? Hast du da gerade einen Baum reinfallen lassen? Nee, der ist vor mir umgefallen. Ich hab nichts gemacht. Ja. Ich bin hier angekommen, der Baum ist umgefallen. Was soll ich? Was soll ich das machen? Ich hab Videobeweis. Dass ich nichts gemacht hab. Sabotage. Sabotage. Ja komm mal mit. Okay, hier ist alles voll hier in der Kiste. Ist da irgendwie Holz irgendwo? Ah ja, hier. Wollen wir doch mal gucken, was hier kaputt ist. Auf jeden Fall brauchen wir dann gleich Schränke aus Kupfer. Ist der Stich auch kaputt? Boah! Was? Das mach ich nicht mal deine Hand. Kannst du? Du bezeuge das lieber. Jetzt musst du mir mal herkommen. Weil hier irgendwo unter Wasser... Ist ein Höheparaturhammer. Da fehlt mir... Faser. Wie unter Wasser? Are you crazy? Seek and stuff man. Nee, nee. Der müsste hier irgendwo an dem Cliff sein eigentlich. Ja komm, ich seh was die beiden Jungs machen hier. Äh, hm. 6, 9. Irgendwo war der hier. Ich hab nur durch Zufall gefunden. Ich hab nur durch Zufall gefunden. So. Wo brauch ich denn? Warte mal, ich geh mal gucken. Der ist nur in der Feldspalte. Der ist sehr klein. Ja, ich mach ein paar Lagerfeuerngrillen, bisschen was. Was zum Essen haben. Ja, endlich kommt es. Ich hab mich jetzt schon so gefreut. Ja, aber mein Haus ist doch noch nicht fertig. Ja, aber es ist nur ein kleiner Scheißding hier. Das war ja nur ein Steinweiner. Du meinst unser Haus. Jetzt. Ich stell das weiter vor mir. Ja, ich geb dir Steine dafür. Auf den Kopf. Direkt. Hier, ich hab ihn. Ja. Ja. Es gibt echt einen Höhleneingang unter Wasser. In Höhlen-Debuff. Was natürlich logisch wäre. Was weiß ich nicht. In der Höhle. Also ne, hier unter Wasser nicht. Aber in der Höhle dann. Ach so. Aber ist die Höhle nicht unter Wasser oder wie? Hier jetzt. 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 Ach so. Da ist ja kein Wasser in der Höhle. Nur der Eingang ist hier unter Wasser. Und die Höhle ist relativ groß. Hier ist Gold. Das ist geil. Und hier sind keine Blömer. Soweit ich bin. Ach so. Dann mach ich mal hier hin. So. So. Beladen. Nochmal Gold. Hui. Ich nehm gleich was mit. Du kannst dann weiterarbeiten. Ah ja ja. Ich mach ja komplette Höhle wieder. Ähm. Hast du irgendwie Zeug um ne Kiste zu bauen? Ne große? Ja. Kann ich hier vorne hin stellen. Ich stell mir ja gleich paar Lagerfeuer hin. Puff ins Haus. Ja. Die 10. Machst du es aus. Ja. Ich glaube schon, dass ich die Lagerfeuer in meiner Steine kann. Ich kann nur ne kleine Bauen. Ich kann nur ne kleine Bauen. Ja meine ich. So. Kannst du nur die ganz kleine bauen? Ich kann aber. Ja. Ich hab nicht mehr Material. Hast du noch Fasern? Dann kann ich dir noch ne zweite stellen. Ja. Also. Also meine erste kleine Achse ist broken. Ne. Jetzt schon. Bis in die Kiste rein. Zack. Okay. Kannst du ganz pfiffig machen hier. Ganz. Wild. Jo. Ja gut jetzt. Hast du ne Lagerfeuerwaren? Maybe? Dafür fehlen mir vier Steine. Ah. Die hab ich nicht. Ich hab. Kann ich das gerade nicht. Tja. Ander Spaß im Haus bauen hier. Verrückt. Ich nehm schon mal mit. Was ich kann. Ja ja mach mal. Ich machs immer nur praktisch weißt du. Ich bau ja. Nee nee. Das wird diesmal. Richtig schön. Ja gut das dann nachher weg ist. Ja das ist doch egal. Ich mach mir nachher noch einen Screenshot davon. Verrückt. Ah ist schon Instagram oder? Rein da. Ja ja natürlich. Alexa. Stopp. Hier wo ist das Radar? Zeit ist um. Ja du bist dafür wahnsinnig. Ja wo ist das Radar? Ich weiss nicht. Wo ist es? Ja nicht ich. Nee 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 nee. Du bist ja der Bauer. Der Hausbauer. Ja das ist. Erst mal das Haus baust. Aber da ist doch der gleiche Mist. Okay. Jetzt hab ich immer etwas gegessen. Also ich hab in jede. Jede Ecke in Lagerfeuer rein. Ich dachte mir also ein bisschen sie betrieben sein. Nee. Gelb war das Haus ne? Wir müssen das Haus auf jeden Fall noch auf Stein upgraden. Was? Da hast du dir aber was vorgenommen. Nee weiß ist das Haus. Weiß weiß nicht gelb. Was? Das heißt das ist keine Chance. Weiß ok. Ich hab's mit Holz versucht. Mir ist mein Haus abgefackelt. Ja. Das ist Salz. Aber Blitzleiter. Blitzableiter. Irgendem tropft ihr Stück. Die bringen nichts wenn du die nicht gescheitest. Der ist ja auch gleich weg. Ich werde dir die was. Die halten aber nur einen Blitz aus. Wenn du nicht gescaled hast. Du kannst gehen dass die 500% aushalten. Aber das ist halt doch so. Du bist ja dumm Essen und Lagerfeuer und so ne Scheiße. Dann komm mal her und helf mal hier. Moment. Moment. Wenn ich's vielleicht hab gleich. Paar Minuten. Paar Minuten. Paar Minuten. Okay. Dann quede ich das auf Stein ab. Gar kein Problem. Wir haben ja. Müssen wir eh. Müssen wir eh. Müssen wir eh. Müssen wir. Ja. Zwei Stürme und alles ist futsch. Oder wirst du eh. So ein riesen Riesengebäude. Reicht doch aber theoretisch wenn man dann das Dach oben upgradet. Wende und das. Nee nee die Wende auch. Boden und Innenbau kann halt dann. Aus verbessertem Holz. Also aus diesem. Schönen Holz sein. Weil das ähm. Ist günstiger. So. Brauchen wir so ein bisschen Kupfer für. Aber Kupfer hat dann. Wunderbar. Gut. Oder wir bauen nachher direkt aus Beton. Ach die Kisten sind ja kaputt hier. Loll. Ach mal. Auch nicht wirklich. Hauptsache weil das Haus geht nicht kaputt. Ja. Stein reicht ja. Oh nein. Ich würde mir aber auf jeden Fall noch ein Schlafzimmer bauen. Und eine Küche hätte ich auch gerne können. Ähm. Was willst du? Der nächste der hier. Der nächste der hier kommt. Der müsste mir irgendwas essen mitbringen. Oder. Lagerfeuer. Ich. Lauf gleich wieder zurück. Machen wir doch einen Sand. Sandbox. Machen wir doch mal sowas oder? Ich bin am Verrung. Kannst du dich zu so lang Bärchen. Nein. Ich hab nur 15. Das ist äh. Voll die Verschwendung eigentlich. Weil ich brauch die Ausdauer. Ja meine Lungenanziehung ist jetzt auch gleich weg. Dann kann ich nicht mehr. Ja jetzt bin ich schnell drin. So. Ja schickes Haus. Ich würde aber ein spitzes Dach drauf bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Was? Macht das das besser oder? Ja der nächste sieht cool aus. Ähm. Essen. Ich brauch Essen. Nein. Das was ich mach ist nicht so cooler aus. Ich bin auch gar nicht fertig. So. Jetzt kann man hier. Einfach das Fenster zubauen. Gut. Ich pack ihn mal in die Kiste. Und nehme mit. So heißt er aufzählen jetzt hier. Oh. Und Sauerstoff werde ich auch brauchen. So. Bring ich dir auch. Nice. So. Mal schauen. Jetzt sind sie noch platt. Dann war's fehlst du. Hier steht. Und geskillt habe ich. Ja. Noch nicht. Du hast gar nicht in den Kisten geschaut. Da war noch so ein Toystream. Ich hab das jetzt ins Lager vorhin vorhin. Ja. Hat dir da extra bisschen Holz gekloppt. Das Haus. Die Kisten jetzt kaputt sind. Aber das Ding heilt ja ewig. Nein. Lungenentzündung auch noch. Getzett. Sonst kommen wir erstmal mit dem Zeug was wir haben zurück. Damit können wir nachher Spitzhacken bauen. Und wir können ja bis dahin das Antibiotika dann jetzt gedöhnt. Ja. Machen. Oder? Ja. Gehen wir gleich durch hier. Bevor ich's dumm darstelle. Mach ich lieber das. Ich sehe halt nur nix. Ja. 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 Äh. Roter Punkt. Okay. Ich komm mal hin. Ja. So. So. Meine bessere Axt ist jetzt gleich on off. Ich hab mal ne Werkbank hergestellt. Und dieses Oxidding stelle ich auch gleich her. So. Ich hab hier das ganze Zeug hingetan. Mach ich das mal mit. Wird auch sagen wir bauen uns nen Kühlschrank. Hey Ski was geht moin. Wollen wir Eis haben in der Nähe? Warum nicht? Ist der Disconnected der Bot oder was? Ja. Das ist irgendwann Disconnected im Laufe des Tages. Jo. Es geht wieder. Aber dann war sie Disconnected um 13 und 14 Uhr oder so. Als ich dann gepennt hab. Wie geht's dir das geil? Alles fit? Oder. Oder weniger. Wie läuft Arbeit oder hast du schon nen Urlaub? Was ist mit dir überhaupt? Was ist mit dir überhaupt? Das freut mich. Wir sind ja bauen hier. Ocarina ist hier. Äh ne. Ikaros. Wie spielen wir hier? Weiß ich nicht. Äh. Wir spielen ein Spiel. Haben Spaß dran. Nach ein, zwei Minuten machen wir das. Nach ein, zwei Minuten machen wir das. Da ist vorbei. Ach du Scheiße. Jetzt geht's hier hoch oder was? Du wolltest, dass das leicht und übersichtlich ist, da hoch zu kommen. Achso, das wollte glaub ich, äh, das wollte glaub ich Smarty haben. Weg sein. Das ist übersichtlich. Du hast trotzdem ne zweite Ebene, kommst hier hoch. Oh, dann willkommen in der, in der Brain Crew. Willkommen in der Brain Crew ist geil. Freut mich, freut mich. Ist doch toll. Ja. Ja. Du hast das grad gesehen. Hä? Was das geht, Alter? Warum ist das? Was ist das jetzt? Ein Singleplayer-Charakter. Eigentlich. Ich weiß nur noch nicht, wie ich meinen Multiplayer-Charakter nenn. Multitangle-Bob. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht, aber... Weiß ich nicht. Hört sich nicht ganz so cool an. Ist doch klar. Fuß verstaucht. Aber schau, du träg... Ich hab... Ich trag zu dem ich siebzehn, wenn du trägst du erst jetzt. Ist doch okay. Ist doch okay. Was... Was hast du für... Werte? Erzähl mal. Ja. Hört ihr mal gespannt hier. Noch sieben Steine hab ich's geschafft hier. Verdammt. Sauerstoff hab ich jetzt mitgenommen. Ist sehr dunkel hier. Ja. Das reicht noch ein bisschen. Ich hab... Ich hab mich immer noch nicht dran gewöhnt hier. Auf was? Meine Brille. Nicht? Ich find sie... Ich find sie extrem störend und nicht geil. Ich find mir jetzt so blöd diesen Eingang zu kommen. Ich find mich immer eingesperrt damit. Und... Hat einer von euch, äh... Oxi, dass das vielleicht in die... Oxi-Ding reinlegen kann? Nö. Jetzt wird es sass. Seh ich auch, dass ich gleich ersticke. Mhm. Same, same. Ich hab eigentlich auch Schwefel irgendwo mitgebracht. Problem ist, es ist gerade dunkel. Mhm. Das auch. Und wieder Lungenentzündung. Gitzet. Nicht so geil sowas sag ich dir. Ja, du krillst dich schnell dran. Du bist ja... Du bist ja groß und stark hier. Ist geil. Das schaffst du schon. Easy. Es gibt da nicht so viele. Es gibt plus, minus... Wirbelsicht drinnen. Geil. Minus kurzsichtig plus... Weitsichtig und fertig. Und ich hab da nochmal... Andere sind die Krümmungen. Kannst du ja auch nochmal nehmen. Danke. Wichtig ist halt nur der erste... Der erste Wert dann. Dioptrin ist halt. Ist wichtig. Andere sind die Krümmungen. Ist scheißegal. So. Ja. Ich ersticke. Hast du irgendwo was nie, oder? Nö. Okay. Dann suchen wir mal einen hier. Gut. Das wäre das auch die Krümmung. Also einfach das ist der Wert. Dann bin ich erstmal wieder weg. 0,5... 1,5... 0,25... Plus... Da wo plus minus steht irgendwas. Brauchst du noch Sauerstoff in der Höhle, oder... Reicht das? Sollte reichen. Ich hab noch dreiviertel voll. Gut. Dann... Geh ich erstmal wieder zurück und mach... Eisenwerkzeuge. Stahl. Ja, ja. Ich komm mit zurück. Ja. Bin ja auch voll. Zurück. Okay. Sind die Kisten leer? Ich sterbe. Die sind beide voll. Ist ja irgendwo Fleisch. Aber die... Die Höhle ist doch nicht da. Ja, ja. Jetzt ist im Grill drin. Dann können wir gleich nochmal hin. Ich such nur so ein Oxy Ding da. Ich hab jetzt einzelne gefunden hier. Ach se. Ist ja nichts, ne? Ja, ich hab jetzt vier Steine gezutelt. Ich beschwere sie schon wieder. Oxygen critical. Das ist nicht cool. Ach so. Also minus 1,75. Zylinder ist die Krümmung. Okay, okay. Also minus 1,75 heißt du bist kurzsichtig. Okay. Oh, oh. Da ist ein böser Golf. Böser was? Böser Golf. Golf? Golf 3? Ich mag es immer nicht mit einer... Mit einer Fackel durch den Wald zu rennen. Ich finde das super. Ah, auch sie kennen. Oh, ich hab' gefunden, ist gebrockt. White, die McWhite. Das Haus. Was bin ich jetzt so schwer? Stein, Mc. Ich tu gleich Oxygen das Ding an, dann kann man eine Fleisch aufladen. Bin schon wieder fast zum Verrecken. Also. Sind hier, ich seh' nix. Ist halt nur. Ist normal. Jetzt gehst du aber hart mit ihm ins Gericht. Normaler Standard. Bin hier rechts hin. Ja gut. Moment, Sauerstoff ist auch schon fast wie alle. Müssen wir jetzt echt wirklich mal dieses Oxygen-Gerät da bauen? Ist schon, ist schon alles da. Ach, ist schon. Muss nur befüllt werden? Ja. Ähm. Was brauch' es? Maxi, da steht. So. Jetzt schwefel. Ich hatte nämlich am Anfang alles gefarmt, aber irgendwie ist es nicht mehr da. Schwefel bräuchte ich, sonst so betreibe ich wieder zu nehmen. Sind die Kisten doch die spawnen, oder was? Ne, ne, die sind hier. Die sind hier. Doch, ich hab' Schwefel. Ich hab' 200. Genau, passt. Ich hab' Schwefel genug. Ja, das beschwer' dich halt. Wie viel Leben verliert man denn? Boah. Alter, verliert's ja voll viel Leben, wenn man schon keine Luft mehr hat. Ja, ersticken führt zum Tod meistens. Das ist nicht so geil. Ich zuzul mal hier einfach kurz. Ist ja echt noch so, dass du ohne Luft nicht so... Ja, sie haben noch... Lange aushältst. Passt alles. Ich hab' nur noch Oxid, wenn dann. Schwefel, 200 Stück hab' ich vorhin schon gewohnt. Oh, der ist auch mal trinken. Naja, zwei Stunden haben wir noch. Ja, nicht oder? Also, ich kenn' das nur so. Okay. Jetzt hab' ich schon Lähmungen, weil ich hier Sauerstoff geh. So. Also, links minus 2,5 und rechts minus 1,2,5. Ich... Wie viele Augen hast du denn, du Sky? Einfach 3 Millionen Werte. Zylinder ist einfach die... Hahaha. Einfach Fischauge. Einfach... Einfach Fischauge. Können wir schon Schlafsäge bauen? Naja. Ich lutsch auch mal kurz an der Flasche. Ich pack meine eine rein. Jetzt zuzul mal dann, ja. Kann man auch mit rechten Maustaus? Ja, ja. Geht auch. Nehme ich meine wieder raus und pack deine mehr rein. Ach, du hättest sogar mit rechten Maustaus zu Konsum machen können, hab' ich grad. Hast' gar nicht rausnehmen müssen. Echt? Ja. Hast' grad eben entdeckt. Ich tu' jetzt mal raus. Oh, gut zu wissen. Ja, das ist praktisch. Das geht... Das geht eigentlich mit dem... Mit dem Oxid auch direkt. Aber ich dachte mit der Flasche war mir nicht sicher. Aber Flasche geht ja auch. Geht mit allem. Sofort interagieren. Okay. Ist egal nichts. Es muss... Es muss äh... Hier, Fafi, Safi, nur noch Ding machen. Die Lichter im Haus. Fackeln uns überall hinstellen. Ja, wir machen nachher Randfackeln, würd' ich sagen. Oder so ne Lampen halt. Mach' Randfackeln ran. Da kann ich nicht einfach Standfackeln hin. So zwei, drei. So. Komm, lass ruhig dann auch mal da rein. Das hier. Ja, genau. Oh, endlich mal. Ich hab... Ich hab so gebetet, dass es kommt. Ich hab' nen Wassertanz gemacht hier. Hm. Du darfst das gleich mal in die Höhle lappen. Du musst ja noch bauen. Ne, ne. Du musst erst mal... Höhlen. Den Ofen haben wir schon. Wunderbar. Ach, deswegen. Okay, okay. Plus Minus. Echt, das ist so verwirrt bei dir? Guck mal durcheinander. Bei mir sind einfach beide, ähm... Zwar auch unterschiedliche Werte. Aber beide sehen halt nichts für die... Für die, ähm... Ferne. Steinofen hab' ich auch schon gepflanzt. Ich mach' gleich den zweiten, den dritten. Damit es schneller geht. Das ist gebrockt nämlich hier. Hm. Ähm... Damit das heute ruckzuck geht mit dem Eisen hier. Holz. Irgendwo war hier Holz. Holz, Holz, Holz. Da. Zack. Ja, genau. Da hab' ich ja... Da hab' ich grad vielen Teils rein getan. Und Steine. Steine hat auch irgendwie jemand gehabt. Ich... So, was willst du denn bauen? Ach, wenn ich... Ich bau' nur zehn Steine raus. Achso. Ich bau' jetzt grad hier noch Hochsteinofen, ne? Vier Stück. Jo. So. So. Nicht, dass du auch die brauchst. Ne, ich wollte, äh... Ambos bauen. Damit wir gleich, äh... Metall-Werksäuge haben. Damit wir weiterfarben können. Ach, ha... Da haben wir schon 40 geschmolzen, oder? Ich hab' einen Effekt. Gigantisch geschmolzen. War grad fertig. Dann haben wir wieder fach. Kann ich raus, ne? Nein. So, passt. Extinbank, haben wir schon? Noch nicht. Ich bau' dann mal... Ich hab' halt davor gesorgt, dass wir sofort hier schmelzen können, wenn ihr nach Hause kommt, dass gut es geht. Hm. Aber freust du dich auf die Brille, oder? Siehst du bestimmt voll sexy aus, geil, oder? Mit der Brille hier. So alte Mann und Brille. Das ist doch super. Ah, der brennt mir dann. Eklah. Ah, ja. So. Ein Spitzhack, würde ich mal sagen. So, okay. Ich hab' das erst noch ein bisschen verteilen hier. Müssten wir noch dahin zur Hütte was holen? Ja. Könnte ich dann gleich los, bin dann gleich raving. Ich hab' dann alles hier verteilt. Wir sollten erstmal irgendwie, äh... Kurssecke brauchen. Stimmt. Ähm... Hat wer den Spitzhacken... Skill? Für... Herstellen? Ja? Okay, dann stell' du mal nachher die nächsten Spitzhacken her. Ich hab' nämlich dummerweise jetzt selbst welche hergestellt. Die kannst du noch! Schämen Sie sich! Dann schmeiß' ich mir aus was weg und lass' mich schätzen, vielleicht bekomm' ich einen Wert dafür. Ja! Wenn's auch das volle Geld ist, na klar! Gönnt ihr! Schlauchzeichen? Ja, du bist auch schon wieder her. Seh' ich grad. Mhhh... Die Höhle war noch voll, ne? Die Höhle ist noch... äh... Da ist noch Erd zum abbauen, hab' ich halt nichts mehr gesehen. Habt ihr Fell? Habt ihr Fell? Ich hab' nur Leder hätt' ich. Ich hab' nur Fell für Schlafsäcke. Mhhh... Zufällig? Ich brauch' Hä? Ne... Und da bin ich mir zu abgehoben für. Hahaha! Oh, Low Food! Schon wieder! Äh... 50 Holz. Haben wir denn wo Holz? Ne, Holz ist alle. Nö, warte ich hier oben links, packe ich rein hier. 111. Ah ich brauch 150, 150. Warte hier hin, zock, zock. So. Dann kann ich den ganzen Rest hier lassen. Nimm ich tu mal Leder alles hier rein. Achso, wurde schon hergesteckt. Ok, na dann passt es ja. So. Du hast jetzt Kräuterkundeband. Ich wollte Textilband noch herstellen. Haben wir Silika? Irgendwo ein bisschen. Ich hab noch keins geholt, weil ich war voll. 50 Holz. Ja. Haben wir. Gut. Ja, wir sind ja entspannt hier. Aber hier haben wir das Feld drin. Hier ist das Feld drin. Ist das ja nichts für dich oder? Einfach survive mit dem Gäxler. Kapp ich. Ok, das kommt rein. Das kommt rein. Du bist dann noch in einer anderen Bubble gefangen. Geh Sky? Da kommst du glaub ich nie raus. Zeitlich gesehen ist halt schwierig. Kostet wie ne Menge Zeit hier das Game. So, Textil. Extra, genau deswegen zock ich's ja. Damit ich sicher bin vor ihnen. Sulfur. 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 Haben wir. Irgendwo. Ich mach erstmal ein paar Seile und ein paar Rucksäcke. Angeln können wir glaub ich auch irgendwann hier. Äh ja, es soll noch kommen. Ja. Was alles noch kommen soll oder? Wie toll das Spiel sein wird. Wenn wir was immer spielen. Bricht oder? So, jetzt ist auch die Terrasse draußen kapisch ringsrum. Hab ich gesehen, Katja. Das ist die Pock. Ist das Pock Pock? Wird schon ne Schlachterbank? Noch nicht. Ähm. Da fehlt was. Weiß nicht was da fehlt. Irgendwas fehlt da. Irgendwas fehlt da sag ich ihnen. Aber wenn wir jetzt eh Säcke bauen, das ist eh egal oder? So. Weißt du? Die Wand fackelt. Ist dann auch sicher, dass das Haus nicht abfackelt? Jein. Wenn du die vernünftig platzierst, kann nichts passieren. Okay, also. Die dürfen nur nicht so dicht an der Treppe oder sowas platziert werden. Also. Ich mach vier Säcke für uns. Hm. Wie viel Säcke brauchen Säcke? Für jeden Sack einen Sack. Jein. Ex-exactly. Leicht. Naja, ich mein, du hast 10 Minuten gebraucht für dich. Dafür brauchen wir die bessere Bank. Also Tier 2, ne? Ist das die Steinmetz Bank oder welche ist das? Nee, Tier 3. Ja. Ne. Hab meinen verloren unterwegs. Warst du vorher auch einfacher? Nee. Tu einfach die Strandfackel doch hin, schau. Außer keine Wandfackel. Die find ich, die find ich cool. Oder ist das Tier 2? Nee, das ist doch nicht Tier 2. Ich find sie grad gar nicht. Doch, Tier 2. Eben, ja. Tier 2, der dritte, der dritte von oben. Wo ist, haben, ist schon ein... Achso, du brauchst Oxid für den Mörser, deswegen hast du gefragt, ne? Äh, nicht Oxid, äh, ähm, Dingsbums. Silizium. Da ist die Flitzrute. Mörser, steht schon. Steht schon? Ja. Ja? Wo steht denn das? Alles so dunkel hier sag ich euch. Äh, auf der Werkbank. Nee, ist das ekelhaft, hier alles abzubauen. Ekelig. Ach, hier schon wieder. Okay, okay. Mach ich noch ein bisschen hier dieses Teil da. Komplett dumm. Ich find die kosten. So, Schwefel. Fackel. Gemahlener Knochen. So, also alle Säcke sind in der Textilbank, wenn ihr wollt. Ihr braucht. Da... Ja, das geht nicht, Sky. Das ist dunkel. Wann zwei? Ich bin los. Na klar. Direkt aus dem Grill essen. Bestimmt gesund für den Charme. So, dann brauche ich jetzt, ich arbeite jetzt mal an der Steinmetztisch. Wo ist der noch gewesen? Da brauchst du erst 120 Niedel. Das musst du denn Ambos herstellen. Damit ich dann... Dann wird noch unten los. Aber kann man machen. Wie ist das so? Ähm, wie ist das mit Transporter für die Höhle? Könnte ich... Jetzt hab ich nicht so weit durch. Könnte ich machen. Wenn ihr noch braucht. Ja, Bank für den Steinmetz. Ähm... Rot, oder? Ich bin schon in der Höhle drinnen. Ich baue den ganzen Rest ab. Geh auch los hier. Ist eh gleich hell. In fünf Minuten. Den Ambos haben wir den schon irgendwo? Ja. Ja, da zwischen den ersten zwei Stein hochöpfen. Kann man schon sich ein paar Nägel machen. Ja, ne? Ja. 120 brauchst du. Ich würde nämlich gerne anfangen zu Steinmetzern. Machen sie es so. So, jetzt ist langsam hell hier. Wie viel Echtzeit ist denn ein Tag hier? Wie ist denn das? Weiß das jemand? Ne. Ähm... Gute Frage. Muss ich jetzt dann in das Wasser planschen und dann da reingehen oder was? Ja. Weil ich hab das Wasser markiert. Wo bist du? Äh... Ich würde vorm Haus. Achso, ne. Da bin ich... Da ne, vorm Haus. Ich bin schon weiter. Aber ich bin voll. Ich bin voll mit Steinen. Ja, ich bin auch voll deswegen. Na, ich bin komplett... Zwei volle begegnen. Hilft das, glaube ich nicht. Dann sind wir halt zwei volle. Das erklärt so einiges hier. Weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen hier mal eine Sitzung. Gags, komm mal her. Ich bin doch schon weiter weg. Wie soll ich jetzt herkommen wieder vors Haus? Ach, du bist schon... Oh nein. Ich bin doch schon losgerannt. Ich komme. Ich mache mich schnell. Ja, ich komme. Kannst du dich denn gar nicht? Nenn du mal kriechen oder was? Doch schon. Aber hier liegen noch... Mein... Mein nächstes Fall, guck. Äh... Alles voller Stein. Haben wir... Haben wir Kisten? Ja, ne? Wer haben wir? Ich hab tausend Stöcke. Die muss ich ja mal wegrollen. Ja. Ja, dafür sind vier Kisten dazu. Gestapelte. Ja. Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf... Ich klatsch jetzt einfach alles hier rein. 2300 Steinen, wenn du da hab' ich. Einfach in Poppers reingeschoben. Sehr geil. Wer bist du? Da freut sich der Damen. Wer bist du und wo bist du? Smartline vor der Tür. Genau, stell dir erstmal vor. Wer bist du? Ach, Smarty. Ich mach mal meinen blauen Marker auf deinen Kopf. Schau mal. Weil ich bin nicht so der Orientierungsprofi. Das ist aber schon weit die Höhle. Hast du erst nichts mehr erst gefunden, oder was? Ach. Welch ist das überhaupt hier? Welch ist es hier überhaupt? Zwischen Entziehen? Okay. Und Oziehen, oder was? Du kannst mir noch mehr geben, falls du immer noch überladen bist. Also ich geh' jetzt in den... Ja, das wird nichts bringen. Ich geh' jetzt in den See, ne, wo ich rot markiert hab' und tauch' da runter. Nee, ich hab' noch 560 frei. Okay. Genau. Da, wo das rote Mark ist, da musst du tauchen. Bringt nichts? Ich werd' trotzdem... Ich hab' das gesetzt, wo du der Mark war. Am besten... Du gehst dorthin, da ist ein Stein am... am Wasser. Und chill. Und dort springst du ins Wasser und du springst das Cliff runter. Und direkt unter der Wasseroberfläche müsstest du dich einmal umdrehen können und dann eine Höhle sehen können. Ist ein bisschen versteckt. Ah ja. Na, gucken wir mal. So. Wo ist der Steinmetz? Der kommt noch. Ah, okay. Die Nägel sind noch in der Kratze. Ah, dann eine leere Kiste hier. Unten rechts ist alles steinvoll. Und die Kiste nebendran und links ist auch Stein drin. Da ist ein Schilf... Das Schilf ist okay. Da ist ganz viel Schilf. Da müsste so'n großer Stein am Wasser sein. Ja. Seh' ich. Und dann einmal die Kante runter schwimmen. Und dann nach rechts drehen. Und dann nach rechts drehen. Aber nur 4 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten. 5 Minuten. Es ist direkt an der Küste irgendwo. Im Höhleneingang. Ja, müsste man ja sehen. Da wo du reingesprungen bist. Ach so. Wenn du was sagst, drehe ich mich jetzt... Wenn du was sagst, drehe ich mich um. Anstatt einfach kurz selber zu schauen. Ist hier nicht... Hier da oder? Hier da oder hier nicht? Ist das tiefer oder höher? Der Eingang? Das ist eigentlich fast an der Wasseroberfläche. Wo er knapp drunter halt. Okay. Gucken wir mal. Hm. Ein Hölleneingang hier. Was Sophie macht hier. So. Hä? Seh ich nicht. Wenn es direkt an der Wasseroberfläche ist, dann ist es halt komisch. Ja, nicht direkt. Also so zwei Meter drunter. Aber es ist halt... Du musst nicht tief schwimmen. Okay. Hier. Das ist mehr an der Wasseroberfläche als am Wassergrund. Wieso bin ich unter Wasser von Wetterverhältnissen betroffen? Das weiß auch noch niemand. 20% weniger Geschwindigkeit. Also ich schwimmen jetzt einfach mal hier im Kreis. Ziemlich weit oben. Und hab noch keinen Eingang gesehen bis jetzt. Komm mal raus. Hm. Du hast ja gesagt am Anfang, ne? Mhm. Da wo dieser Stein am, am Ufer ist. Da ungefähr. Der große Stein da. Siehst du mich? Ich bin jetzt hier irgendwo. Hm. Noch nicht, ne? Du bist komplett auf einer Seite der Insel. Da wo das rote Mark ist. Genau. Da bin ich eigentlich reingesprungen. Da hab ich mich umgeschaut. Da war nichts. Okay. Ja, hoffentlich hab ich's nicht gesehen. Weil... Ich glaub ich jedes Mal... Mal links, rechts gedreht hast. Was gesagt hast. Ja, weil durch die Zwiemenverzögerung auch Mist. Weil ich halt... Dich hundert Prozent immer anders gesagt hab, wenn du gerade dort warst. Ja, ich seh dich auf jeden Fall. Ich seh dich doch nicht. Irgendwo sonst zu gehen. Doch, vor mir. Genau vor dir bin ich. Aber der ist ja ziemlich trüb hier. Genau. Da ist er. Ach, hier ist... Ja, jetzt seh ich den Eingang auch. Ja, genau. Da einmal rein... Okay, dann hab ich das... Dann hab ich das... Mark einfach nur randommäßig richtig gesetzt, oder was? Ja, so ungefähr. Ich hab einfach randommäßig zum Mark gesetzt von Sie. Warum? Das ist halt wirklich direkt an der Wasserfläche. Ja, ja, ja. Ich hab gesehen, ihr seid halt da... Da reingeschaut und dachte mir, okay, vielleicht ist da der Eingang. Okay, okay. Oh, ich bin Sturmer-Setzung hier drin. Das ist richtig. Aber wild, dass sie jetzt sogar sowas gemacht haben. Das hätte ich dem Spiel nie zugetraut. Eine Höhle, eine Wasser-Eingang. Hab ich auch nicht erwartet. So. War ich auch überrascht. Doch bestes Game des Jahres. Mhm. Nee. Wer unter Wasserhöhlen hat, der muss geil sein. Weit weg davon. Ja, ja. Kommt bestimmt ein Preciosaurus in der Höhle. Ja, das wär super. Geil, das wär Ultra. Der frisst dich und dann steht nur auf dem Bildschirm, Schade leated. Das ist okay. Hauptsache, er war da. Sie müssen schon einen Dinopaneten machen. Aber das Spiel heißt ja Icarus. Wir dürfen ihn nie weg hier. Verdammt. Also ich mein, Mammuts waren auch schon da. Also ich war jetzt zu Dinos. Ja. Das freut mich. Vielleicht graben wir irgendwelche Fossilien aus und dann tun wir die zusammen löten und dann können wir die tun. Dann tun wir Batterie rein. Ein paar Electronics. KI rein. Und dann laufen die rum und forzen sich fort. Forzen sich fort. Forzen sich Pflanz, genau. Ja. So ein Ding. Das sieht geil aus. Das gefällt mir so. Danke schön. Fühl dich. Mal zeigen im Stream. Was ist das hier für Schweinerei? Ah, so mit dem Aufen da. Mit dem Aufen. Das bildet so eine richtig schöne Struktur in der Mitte. Da haben wir hier zwei Feuerstellen. Ey, ich kann da. Also das ist ja mit diesem Ding hier wild. So. Dann machen wir uns mal hier ein. Also diese Vorkommen, die noch da sind, sind einfach nur Arschloch Vorkommen. Ja. Also. Ich hab dich auch schon gequält. Ohne Witz Arschloch Vorkommen kann man nicht. Achso hier ist noch. Die meisten hab ich auch schon abgebaut, aber trotzdem. Ich glaub ich start mein Pflegedienst heute ab. So. Bis neune. Ist bis neune noch. Ist doch noch Zeit bis neune. Ja, aber wenn wir dann gerade in der Mission sind. Ja, bis dein ist aber doch schon längst raus. Ah, ich weiß nicht. Ich glaub das dauert ja noch ein bisschen. Und danach lassen wir dich einfach nicht mehr mitspielen. Musst du dein Besten. Weißt du? Bis du wiederkommst. So eh noch bist du also. Na klar. So. Ähm. Der Spitzhacken Mann. Kann der mal ein paar Spitzhacken machen? Der ist deiner freiner Frau. Der ist deiner freiner Frau. Der ist deiner freiner Frau. Achso. Okay. Dann ähm. Schon böse. Da kommt nämlich die Steinmetzbank. Dann würde ich mal gucken, dass ich die nächste Werkbank baue. Oh. Verdammt. So. Was brauche ich jetzt? Stein, Eisennägel jedes Mal. Ich muss ganz viel nageln. Ja. Kein Problem. Einfach bauen dann geht das. So. Ich hab 165 Kilo kann ich jetzt tragen. Krass. Wieso kann ich jetzt mehr als 157,5? Was habe ich jetzt anders gemacht? Haben sie was gepatcht? Normalerweise nur 157,5. Jetzt kann ich 165 tragen. So. Nägel brauche ich jedes Mal. Stranke. Ich brauche einen Haufen Leder. Gibt es auch da. Wo haben wir Leder? Du hast deine 5 Kilo Zeug. Und ich weiß nicht was noch. Das hatte ich ja bis jetzt immer. Hatte ich auch immer eigentlich. Hm. 165 ist echt viel. Ich hab 157,5 oder 154,7. Oder irgend so was war das. Was ist eigentlich der Upgrade Hammer? Damit kannst du Wände direkt upgraden zu Steinwände ohne dass sie upgraden. Also kostet. Achso. Ich würde es aber ehrlich gesagt nicht machen weil der ist etwas buggy. Wenn du das upgradest kann es vorkommen dass die instabil werden. Ähm. Ja. Weißt du warum das so ist? Warum? Du musst die Ränder musst du auch ändern. Die die. Ähm. Du kannst nicht Stein auf Holzpiller machen. Das geht dann kaputt. Du musst die Pillars auch ändern. Und die kannst du nicht upgraden. Genau die kannst du nicht upgraden. Du musst die halt abbauen und neu bauen. Genau. Und dann hält das auch. Also du kannst direkt upgraden dann. Das ist wirklich. Ich verstehe halt nicht warum man nicht upgraden kann. Also ich mein. Das ist Icarus. In der Logik halt. In echt geht das sowieso nicht. Aber da geht nichts was wir hier machen. So. rein getan was ich hatte. Der war bestimmt noch 20, 40 Liter drin. Alles weg. Ich hab auch die Rucksäcke gemacht. Das kann sein es weniger. Brauchen wir ähm. Dann. Gedön sie hier noch. Also kann ich nicht schleppen. Vergiss es. Silizium wollte ich fragen. Haben wir eine Schlachtbank? Ne ne? Nicht. Deswegen liegt hier auch eine Hasenkampagne drin. Wir haben jetzt alles Rucksäcke zum schleppen. Deswegen hab ich das so'n. Juter lassen. Du hast. Du hast ja auch ein Ding im Rucksack. Alles gebaut. Für sie. Ah ah ah. Das brauche ich. Aber waren wir vorher nicht schneller mit der Technologie? Ja da sind wir glaube ich ein bisschen zielstrebig drauf losgelaufen. Ja wir haben nicht so weite Wege zu den Höhlen gehabt oder? Mhm. Verdammt. Da waren die Höhlen bisschen näher dran. Dann ist jeder losgelaufen und wir haben irgendwie besser das gefahren. Keine Ahnung. Irgendwie. Ja weniger äh gebaut ne? Glaub ich. Wir müssten ja eigentlich Gebieter nicht schon langsam kommen. Wir waren doch schon. Hallo? Bisschen Wind war schon mal. Bisschen wir noch nicht. Ja das, das muss auch gar nicht kommen in der Mission. Hat ja auch schon. Ach Boden okay. Schade dass Prime Meat so so selten ist. Ich hätte gerne mal diesen Buff aus diesem coolen Ofen da. Bitter da. Hallo Enzo willkommen zurück. Ja. Wir brauchen die Jagdbank. Wir brauchen die Jagdbank. Jetzt alles mischt. Äh. Aber. Beutungsbank. 50 Holz und Leder. Du brauchst doch gar nicht so viel für Stein. Was willst du denn bauen? Ich brauche. Wir haben nur 60 Leder. Das braucht Leder diese Holz. Äh. Okay dann geh ich mal ein bisschen jagen. So. Okay. Aber davon. Ja gut ich brauche. Leder um mir einen Bogen hinzumachen. War ein normaler Bogen easy. Vielleicht vollkommen. Dann ist er abgehoben. Oder? Ah ich hätte mein Backpack da lassen sollen. Ja. Mach ich denn das jetzt? Wo bist du? Ah. Hier vor der Tür. Links. In den steilen. Ja richtig da. Ja hier. Komm her. Hast du kein Backpack? Nee ich hab kein Backpack. Ich kann das. Entweder kann ich das tragen oder den Backpack nehmen. Was du willst. So wenn wir dann ne Axt bauen können. Meine hast mich jetzt verarscht. Ja. So. Ich komm von der Höhle voll zurück. Sie kriegen Schaden. Ich weiß nicht wovon. Ja. Oxygen ist alle. Ähm. Hab ich mit? Haben wir jetzt so ne. So ne Lies oder ne? Kann ich viel tragen. Ende was? Ähm. Schlochbank. Ja ja die hab ich grad hier an der Hand. Okay okay. Und da steht sie. Da. Erster Hase. Kraft. Ja bitte. Ah. Zweiter Hase. So wer hat das Oxygen einstecken? Da füllt sich grad ne Flasche. Und die hat jetzt alles aufgesaugt. Tu einfach Nuckel aus der Flasche die drin ist. Ja ist ja meine. Achso. Dann passt sie da. Direkt. Einen Bogen. Dann ist sie okay. Perfekt. Fett jagen. Wir werden sowieso. Gut. Dann hier ist noch. Da war noch ein Hase drin der ist schon. Ähm. Ah hast du das Leder schon jetzt in die. Ja ich will mir nen Bogen kurz bauen. Du ruf nur um die restlichen Erze hin. Die Tanerz, Golderz, Platinerz. Gut ich mach erstmal Pillar. Damit die Statik gegeben ist. Und Kraft. Ich kann ja ein bisschen was farmen. Ich hab noch Sachen. Was soll ich denn farmen? Holz? Holz. Ich hab keine Axt mehr. Meine Axt ist gone. Achso. Da gibt's ja bestimmt hier Möglichkeiten. Ich bestell deine Axt. Ja gut. Eisenachs. Ich bau mir erst mehr Axt. Okay. Bestell ich den her. Ja. Bin auch grad dabei. Achso. Machst du selbst Eisenachs? Na dann. Geh ich hacken. Ich geh nur kurz das Holz hacken. So. Jetzt kann ich nämlich auch wieder Holz hacken. Das ist vernünftig. Komisch werd ich. Ja. So. Das kann rüber. Ähm. Ich werde links, links brauchen die Küche. Für, für, ähm. Im Haus ist genug Platz. Ja. Oh, zwei Kamine gebaut. Ja. Ist auch schon gebaut. Ja. Ist auch schon gebaut. Ja. Ich denk grad oben ist noch ne leicht zugängliche Etage. Ja. Ich würde es aber tun. Ist leicht. Ich würde es. Ich hab mir extra was dabei gedacht. Weil er meinte. Man muss alles sofort drehen. Ich dachte wenn du reinläufst. Du brauchst einfach nur geradeaus laufen. Und bist drin. Na ich. Wie läufst denn du? Voll breitbeinig. Nochmal. Okay. Jetzt kannst du voll breitbeinig hier reinläufen. Okay. Was ich damit so allgemein meinte. Ich hatte keinen Bock unten die Werkbank zu, zu befüllen. Und oben dann zur Textilbank zu gehen. Und dann wieder runter zu was anderen. Das meinte ich. Ich will alles auf einer Etage haben. Das ist am einfachsten. Sondern herzuwerken. Ich bin. Wenn Gags übrigens irgendwann hier ein Fahrrad kriegt. Im Spiel. Dann möchte ich ein Rollstuhl. Du bist ein Rollstuhl? Ja. Ich auch mit Joystick. Ich hab ein E-Rolli. Hast du? Uh. Ja. Naja. Wenn ich manchmal. Wo ich den ganz neu hatte. Wir hatten die erste große Familienfeier. Da waren halt auch viele Kids dabei. Musste ich mich dann auf den Stuhl setzen. Weil die Kids alle mal Rollstuhl fahren wollten. Mhm. Das war halt in der Gartenanlage. Dass sie die immer mit dem Rollstuhl die Gartenanlage rumgefahren. Das hat denen Spaß gemacht. Ja glaub ich. Glaub ich. Glaub ich. Ja. Das glaub ich auch. Kinder sind bei sowas schnell leicht zu begeistern. Ja. Aber nicht nur Kinder oder? Ja. Ja. Na klar. Deswegen wollte ich ja sagen. Du hast das nicht nur Kinder. Große Kinder auch. Große wie Kleine. Ich würde so ein Ding jeder gerne haben. Das ist das Problem. Boah. Hey. Was kommt der Baum direkt in mir entgegen? Alter. Töte mich halt. Was? Mit gehören alles. Alter. Ich. Normalerweise tut er sich noch ein bisschen drehen und alles. Aber direkt in die Fresse. So. Ich tue dann. Ich tue dann die tausend Holzmann hier rein in das Ding. Die Steinmetzwärmung ziehen. Ich hab jetzt auch noch mal ein bisschen geholt. Genau. Die Hasen geben gut. Äh. Die geben gut Fell. Aber nicht gut Leer. Egal wie. Die geben am besten glaub ich Ziegen. Boah. Kriegen wir das was da ist. Kriegen doppelt so viel. Kriegen doppelt so viel. Aber dass ich jetzt 165 Kilo tragen kann ist wild. Das ist anders wild. Da ist ne Ziegen. Oh jetzt bin ich überfüllt. Jetzt ist das was. Ich würde ja interessieren ob die Öfen. Man muss ja einen Kamin bis nach oben bauen. Ob das Spiel so intelligent ist und die Struktur mit irgendwie Statik einrechnet. Wahrscheinlich nicht. Ne. Gutes nicht. Wir reden über den Icarus man. Mhm. Hier 40 Leder gibt der. Okay. Ich komme nach Hause mit. Paar tausend Holz. Tausend Holz irgendwie mit. Reicht dir das erstmal von dem anderen? Ja 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 ja. Wolltest du tausend Steine auch noch haben? Habt ihr eh ins Ensel gebraucht vorher? Also über 2.000. Wanns? Riesig. Ich sehe schon hier wird auf Steinfiller abgegründet. Mhm. Ja ja ja. Wobei ist diese Steinmetzfuzzi Bank? Hinter zwischen den Kaminen hinten. I see, I see, I see. Oh da ist gar kein Platz mehr so drin für die ganzen ganzen Stuff. Zack alles voll. Nehm ich da ein paar Sachen raus. Das haben wir. Was brauchst du noch? Leder, Nägel. Okay, braucht alles 4 Leder. Mhm. Ich geh noch Leder da rein. Das Dach ist erstmal gestützt. Jetzt kommen wir unten die Bühne hin. Oh, bitte im Glitter. Ne, schade. Stock nehme ich raus. Brauch keine Faser. Brauchst du hier eigentlich auch nicht. So. Okay, leg ich das Ding noch hin. Ja, ist eigentlich ein gut Fall. Nur noch Leder fehlt halt vielleicht. Aber eigentlich braucht man nicht so viel. Immer nur 4 pro Item. Ja, das bringt er jetzt. Einer meinte ja erst. Willst du upgraden, dann soll ich upgraden das Haus. So ein bisschen mithelfen. Mach ich. Okay. Das ist meine Baustelle diese Runde. Ja, ich, ich frag ne. Ich frag dich dann. Ich hab da Spaß dran so am Hausbau. So. Gut, haben wir auch genutzt. Ich würd die ganze Textilien und Ledersache noch ein bisschen weiter nach vorne ins Haus schieben. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ich schieb ruhig. Ich schieb einfach. Ist so ein komischer Longbow irgendwo noch am Start zufällig? Merkbar. Achso. Dann brauch ich Holz, Leder. Ja. So. Kann mir einer den herstellen mit seinem Ultraskill? So einen Longbow würde ich mir dann doch gönnen. Äh. Ich glaub den müsste ich machen können. Ja. Ist alles drin. Muss nur noch gekraftet werden. Ja. Hat er beides rausgenommen? Das hab ich nicht. Knackt immer so laut. Aber so viel weg macht. Bei mir war Angst, dass oben irgendwas kaputt gegangen ist. So. Ich hab noch ne kleine Hygieneschütterung. Aber auch nicht.